so willkommen zurück zu cover on europe mit neuer ein joko von dem server mercury und wir sind hier auf der neuen map san die die näher und ihr hört den soundtrack dazu auch noch hier sind tolle mpcs alle möglichen das heißt man kann sich immer neu aufrüsten etc ich möchte mit euch so ein bisschen die map erforschen die ersten eindrücke sammeln quasi ich habe mir schon mal angeguckt um mich darauf vorzubereiten es gibt hier wunderschöne viele mops ja ich habe mir schon geworfen hier ist ein wunderschöner baum und das stelle steht ist dafür da weil die mops mir trotz allem nicht gerade wenig der mensch machen anfang machen die mir natürlich nur auch nur 100 der mensch so wie in arcana trace die vorletzten mops aber da kommt schon erst ein großem ob die machen schon ein bisschen mehr geben auch mehr xp und dann geht es hier richtung mitte hier wird wahrscheinlich so wie damals der karne golem auftauchen ja da gibt es hier noch eine abzweigung da gehe ich jetzt mal kurz lang und zwar ist hier der capella boss den gleichen ein ähnlichen gibt es oft auf der pokion seite da fahr ich dann auch noch hin aber erst mal gibt es das hier hat der soundtrack sogar ich mag ja neue soundtracks bei kabel hier links kann man nicht und da die brücke ist kaputt die treppe also gehen wir rechts lang ja und jetzt merkt bekommt der mensch ohne ende benneut gesagt eigentlich möchte ich jetzt nur irgendwie versuchen hier hoch zu kommen er muss viele umwege nehmen ich hoffe ich treffe mich auf jemanden und hier der letzte panda king er ist immer noch wütend auf mich ich habe ihn mal angegriffen gehabt seitdem ist er böse und das war's mit der kleinen tour die prokion seite sieht ja ähnlich aus also viel spaß mit dem neuen event event und update tschau